Guten Morgen, ihr Lieben! Der Alltag hat mich wieder. Ich war ja jetzt auf einem Blogger-Event und dazu gibt es auch ein Video auf Anna Birdy. Ja, und jetzt steht einfach aufräumen am Programm und die Kinder betreuen nebenbei. Weil wenn Männer alleine zu Hause sind, der Andreas ist eben mit dem Kai zu Hause geblieben und hat auf ihn aufgepasst, weil ich ja den ganzen Tag unterwegs war mit Ben. Und vielleicht kennt ihr das. Wenn Männer alleine zu Hause sind, dann schaut es danach echt wild aus. Vor allem die Küche. Aber zumindest haben sie was gegessen. Ich habe Kartoffeln vorgekocht und sie haben irgendwie noch was dazu gemacht. Und Kai darf jetzt ein bisschen YouTube schauen. Irgendwas auf Englisch. Er liebt halt so Sachen wie... Genau, das kann ich euch jetzt sagen. Er liebt so Sachen wie Toy-Fan-Lab. Ja. Und er sitzt hier mit seinen Brachiosaurus und Mamas Socken, weil er will immer Socken anziehen und zieht halt am liebsten dann meine an. Wer ist denn da drauf auf die Socken? A Kitty. Ah, die Hello Kitty, gell? Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Hallo 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 Kitty. so sieht langsam ein wenig besser aus und genau ich wollte es noch mal kurz ein resümee geben auch hier gestern ich war eben für alle das nicht wissen soll ich fange mal von vorne an ich war gestern eben auf dem blogger event von dm eingeladen und ich muss sagen es war echt also zwar richtig mega gut organisiert es war also richtig doll es gab voll coole sachen zu trinken zum essen man konnte sich durch alle möglichen beauty produkte durchtesten man konnte sich schminken lassen ich habe sogar mein eigenes lipgloss erstellt und ich fand es richtig cool hat das auch mal in österreich so ein richtig cooles event stattfindet und noch dazu fand ich so cool dass ich eingeladen war ganz klar und ich habe es auf annabert schon gesagt ich habe auch auf instagram glaube ich gesagt und auf snapchat ich muss halt zu euch danke sagen weil im prinzip nur ihr das möglich macht ihr schaut gerne meine videos ich gebe mir mühe videos zu machen und über sachen zu berichten die euch spaß machen die euch gefallen die euch interessieren aber im prinzip wenn ihr mich nicht verfolgen würde wäre das nie möglich dass die ich zu seiner veranstaltung komme und deshalb möchte ich halt mich auch bei euch bedanken ja ja ich finde das macht man nämlich eigentlich zu selten ich bedanke mich zwar öfters dass ihr mir immer so coole tipps und ratschläge gibt und dass wir immer über alles reden können aber für das dass ihr mich verfolgt bedanke ich finde ich zu selten deshalb wollte ich das mal machen und kann natürlich auch auf dem platz darf das flugzeug kommen von ben ja kein problem ich sage ich habe sogar eine lippenstifte jetzt zu hause weil ich bin gestern rausgekommen dass ich nie einen lippenstift voll gut tragen kann hätte ich mir nicht gedacht und ich habe auch geile nagellacken ich möchte mir so gerne ich möchte mir so gerne die nägel lackieren und und einen lippenstift auftragen also ich glaube ich werde den ganzen sommer lippenstift rocken weil ich da echt so coole habe jetzt aber zuerst zusammenräumen ja das struggle is real ja und du hast keine lust mehr ja 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 jetzt hat die mama das schnell fertig machen und dann ja und das beste ist übrigens ich habe echt ähm spatzen also mir tut echt die hand weh vom rumtragen von ben gestern ihr lieben falls ihr das auch kennt dass ihr ganz viele verschiedene t-sorten zu hause habt aber eigentlich ja das gefühl habt ihr könnt ihr gar nicht alle aufbrauchen aber die waren mal im angebot dann fand man mal den tee gut und den tee gut dann kann ich euch etwas empfehlen jetzt gerade für wärmere temperaturen ben jammert aber ich erzähle ich trotzdem schnell man nehme einfach eine d kanne und gibt dann verschiedene dies rein ich habe zum beispiel erdbeer die apfel die die toks die stilte also ihr könnt reingeben was ihr mögt aber ich würde halt eher auf so fruchtige tee setzen und dann gebe ich da tiefgefrorene beeren dazu und ich glaube auch noch so ein bisschen sirup so holunderblüten sirup beispielsweise und dann kann man das in den kühlschrank geben und kalt stellen und wie so einen eis die servieren und bei mir ist es echt immer voll gut angekommen als hat jeder total gerne getrunken und ich dachte ich gebe euch jetzt einfach mal den tipp man kann es natürlich auch mit schwarzem tee machen aber solange ich stille verzichte ich ja weitestgehend auf koffein deshalb ist es jetzt für mich nicht so geeignet mit schwarzem tee aber ja die früchte kühlen das übrigens noch mal ab wenn man tiefgefrorene nimmt das wollte ich euch ganz schnell erzählen auch auf die gefahr hin dass ich irgendwie unscharf wirke ganz viele sind ja immer voll interessiert ob ich das mcdastic verwende wie ich das verwende ob es mir schmeckt und tatsächlich so in den tee gebe ich das auch total gern rein weil es hat halt keine kalorien und ist sehr süß und bringt auch noch mal so einen zimt geschmack also zimtzucker ist das zimtzucker kann ich diese eistee total empfehlen ich verlinke euch rocker nutrition auch noch mal in der infobox falls ihr das gar nicht kennt das ist einfach so ein ja flavor powder also einfach wie soll ich sagen ein geschmacks ja ein geschmackspulver ohne kalorien ja ist jetzt sicher nichts mega gesundes also ich kann euch hier mal die mit zwischen einbauen könnt ihr das was einfach anschauen ich schwörs euch ich höre immer so habt ihr das auch gehört der kleine stinkhaar der macht immer so geräusche als wird er gleich los krabbeln also echt arg aber ich sag's euch er robbt schon ein wenig also wenn er will kann er sich vorwärts bewegen und wie man sieht ich bin hier am zusammenräumen und putzen was bitter notwendig ist schaut euch den an oder putzt du für mich den boden gell eigentlich ja vielleicht sollte ich ihm seinen wischmopp anzug anziehen was ich auch ganz vergessen habe zitrone zitrone kommt auch nicht mal richtig gut gell kann man auch dazugeben ben ist jetzt wieder happy erstmal muss ihn nur aufheben und er ist glücklich einfach gestrickt bist du einfach gestrickt kai ist äpfel ich sag's euch und er hat geschafft ein stück apfel in seine zähne zu beißen obwohl ihr müsst euch denken obwohl er die schale gar nicht ist es musste schon zahnseide ja war das cool mit der zahnseide das geht gut gell ich musste so lachen also zahnseide oder eine pinzette kann ich empfehlen wenn euer kind darüber jammert wobei die zahnseide mit weiß effekt die vielleicht nicht so ideal ist und die ist auch sehr dick ist mir aufgefallen aber da tut man sich vielleicht weniger weh ja keine ahnung dass du gern apfel essen kai hat nämlich immer ganze äpfel gegessen aber seitdem er bei der tagesmutter ist die schneidet auf und dann will er das zu hause auch schon wieder ja sag mal wieder mit der zahnseide wo denn da machen wir ihre nägel geht das natürlich super so besser sagen wir mal was anderes du willst es noch oblecken die zahnseide du lauser ganz scharf ganz scharf ist an alle mamas die sich übrigens gewundert haben ich habe schon vor jahren bei cibo mal das hier gekauft das ist ein apfelschneider ich muss ehrlich sagen ich würde es besser finden wenn er nicht so kleine stücke machen würde es ist praktischer für kuchen wenn sie kleiner sind aber für die kinder könnten sie größer sein und es wird dann einfacher gehen weil es geht echt voll schwer das runter zu drücken und dieses würmchen da kann man dann wenn irgendwie so ein wurmloch oder so dabei ist kann man das weg machen also grundsätzlich ganz praktisch aber ja genau ich bin immer so im zwiespalt ich bereite gerade brenns abendessen vor und zwar gebe ich immer so ein halbes von diesen hibwinnern rein ich benutze dann gerade diesen winkel milchbrei von dm bio finde ich ganz gut den mache ich einfach mit wasser und den haben wir auch schon aufgebraucht milchgetreidebrei gris da habe ich aber gehört dass der zucker dabei sein soll es steht zwar ohne zuckerzusatz aber bei dem milupa produkt muss man anscheinend immer so ein bisschen aufpassen ja hat er aber auch gerne gegessen so sieht das ganze dann aus und das bekommt er jetzt der kai lenkt ihn total vom essen ab und das war es dann auch schon mit unserem heutigen blog ich sage danke fürs zusehen und bis bald tschüss tschüss tschüss